Ja, guten Tag. Ich heiße Jan Wiltshire und heute machen wir nur eine Übung mit einem Power Tube oder Power Band, wie man das heißt. Und ich zeige euch unterschiedliche Muskelpartie, die man bearbeiten kann. Also ich denke, wir fangen jetzt einfach, machen wir es einfach so. So, und ich werde einfach unterschiedliche Übungen machen. Und zwar, das ist wie um eins. Und hier macht man ungefähr, ich sage immer so 100 Mal. Aber ich werde es natürlich nicht 100 Mal machen, sondern ich werde euch nur zeigen, wie man die unterschiedlichsten Übungen macht. Und du kannst also bis zu 100 Mal machen. Und ich bewege auch meine Arme unterschiedlich, wie ihr so seht. Könnt ihr das auch sehr unterschiedlich. Und hier, du kannst auf die andere Seite kommen, und jetzt versuche ich hier, du kannst hier, die kann da bleiben. Also, dass du diese von den Blumen immer in Formen kannst. Und hier, diese Übung für die Bizeps und auch gleichzeitig für die Trinkseps. Und hier machst du dann, ich sage immer bis zu 100 Mal. Und dadurch, wenn du 100 Mal machst, dann hast du deine Muskeln ausgeschöpft. Und ich bleibe dabei, immer diese unterschiedlichsten Bewegungen zu machen. Und gleichzeitig mache ich dann auch meine Sitz-Apps. Also ich arbeite daran. Und du merkst, wenn du es länger machst, dann fängst du an. Müde zu werden, aber es ist jetzt das Beste für deinen Körper. Boah, da ist es. Und ihr müsst auch rückwürdig. Und dann wieder die unterschiedliche Muskelpartien zu bearbeiten. Und du musst einfach nur spüren, dass die unterschiedliche Partei, bei denen man müder wird und zu erschöpfen wird. Und habt ihr das sehen? Also nur mit einem Band könnt ihr dann die unterschiedlichsten Übungen machen. Ja, okay, ich glaube, das reicht für heute. Macht ihr das einfach mit diesem Anband. Vielen Dank. Ciao.